Wie läuft die Behandlung im Detail ab? Sie kommen zu uns am Operationstag, wir begleiten Sie in den Operationsraum. Dann machen Sie die entsprechende Stelle frei. Die Stelle wird desinfiziert, es wird sich etwas kühl anfühlen und anschließend örtlich betäubt. Wird die örtliche Betäubung schmerzhaft sein? Wir haben eine spezielle Technik entwickelt, sodass die meisten Patienten die örtliche Betäubung kaum oder sogar gar nicht spüren. Nach der örtlichen Betäubung entfernen wir das Areal und verschließen die Wunde mit Fäden. In der Tiefe werden Fäden eingesetzt, die sich von selbst auflösen und oberflächlich verwenden wir Fäden, die wir hier in der Praxis wieder entfernen. Warum werden nicht auch oberflächlich Fäden verwendet, die sich von selbst auflösen? Das hängt damit zusammen, dass diese Fäden sich erst innerhalb von vielen Wochen, manchmal sogar innerhalb von Monaten auflösen. Und je länger die oberflächlichen Fäden sich in der Haut befinden, desto eher können Vernarbungen durch diese Fäden auf der Haut zurückbleiben. Fäden Fäden